Florian Silbereisen Fans sind ganz aus dem Häuschen. Ein Video des Sängers sorgt für Begeisterung bei seinen Anhängern. Wenn er nicht gerade mit dem ZDF, Traumschiff, über die Weltmeere schippert oder für eine seiner, feste, Schoß vor der Kamera steht, hält sich Allround-Talent Florian Silbereisen weitgehend aus der Öffentlichkeit raus. Umso größer ist die Begeisterung bei seinen Fans, wenn es Neuigkeiten über Florian Silbereisen gibt. Vor allem dann, wenn sie von seiner guten Freundin Beatrice Egli verkündet werden. Florian Silbereisen Video sorgt für Begeisterung Dass sich Florian Silbereisen und Schlagerkollegin Beatrice gut verstehen, zeigten sie bereits des Öfteren. Kurz vor ihrem Auftritt bei Silbereisens großer Schlagerstrand-Party in Gelsenkirchen schwärmte Beatrice Egli noch in den höchsten Tönen von ihrem Florian. Anfang August 2023 konnten dann auch all diejenigen, die nicht live vor Ort waren, den Auftritt der beiden im TV sehen. In ihrer Instagram-Story von Dienstag, 15. August, teilte die Sängerin jetzt einen Link zu einem YouTube-Video von dem Abend. Die Kommentare darunter sind eindeutig, die Fans von Silbereisen und Egli sind ganz aus dem Häuschen. Schlager-Fans sind ganz aus dem Häuschen. Bislang war der Auftritt der beiden lediglich Teil der großen ARD-Show. Auf dem YouTube-Kanal von »Mein Herz schlägt Schlager« ist das Duett von Beatrice und Florian mit dem klangvollen Namen »Das wissen nur wir«, jetzt als einzelnes Musikvideo abrufbar. Ganz zur Freude der Fans, die das Paar gerne zusammen auf der Bühne sehen. Unter dem Video häufen sich die Kommentare von Schlagerbegeisterten, die ein Knistern zwischen den beiden zu verspüren glauben. Es wäre so toll, wenn Sie ein Paar wären. Ich finde es sieht bei Ihnen echter aus, als bei manchen Schlagerpaaren, die wirklich zusammen sind, ein toller Auftritt. Wirklich ein schönes Paar. Ich finde sie passen gut zusammen. Wenn es so sein sollte, wünsche ich beiden alles Glück der Welt. Oder »Wow!« »Da prickelt es gewaltig«, sind nur einige der Kommentare. Den Träumereien der Fans setzte Beatrice Egli aber schon vor einiger Zeit ein Ende. »Wir können beide darüber lachen. Und wir teilen uns die Bühne, aber nicht die Herzen«, erklärte die Sängerin im Interview mit dem »Kurier«.